Hallo Mädchen und Jungs, ein Gruß aus Mauritius. Heute haben wir Montag, Pfingst Montag. Mein letzter Tag hier auf Mauritius. Heute Abend um 5 Uhr geht es los mit dem Flugzeug via Dubai nach München. Schön war es, hat mir sehr gut gefallen. Wir hatten tolle Ausflüge und das Tauchen war auch super geil. Zwölf Tage getaucht, einfach der Hammer. Das Wetter war ab und zu ein bisschen bewölkt, aber es ist ja nicht anders hier. Hier beginnt ja der Winter, aber es war sicher angenehm. Immer 13 Grad, das Wasser immer noch 29 Grad, einfach zum Aushalten. Auch möchte ich einem besonderen Dank an mein Team gut sein. Mein Business hat doch total funktioniert. Mein Marketingplan ging voll auf. Es ist über 200 Leads generiert und 4 neue Partner generiert in diesem Urlaub. Einfach geil, einfach der Hammer. Gasoletti Time. Sollte schon du solche Ergebnisse haben wollen, dann verfolge mich auf meinem YouTube-Kanal. Oder besuch mal meine Blogseite. Die erreichst du unter www.belohndieselbst.at. Und dort kannst du die neuesten Informationen über mich erfahren. Auch werde ich auf meiner Blogseite diesen 14 Tage im Urlaub ein bisschen Revue passieren lassen. Und einen Artikel darüber verfassen. Wenn es sich interessiert, schau vorbei. Oder besuch mal meine Facepost im Facebook. In dem Fall wünsche ich einen schönen Pfingsten. Einen schönen Pfingstausklang. Und einen guten Start. Einen guten, erfolgreichen Start in die nächste Woche. Bis demnächst. Tschüss, euer Heinz.